The University Library of Oldenburg uses Bookscanners for copying services in the open access area. This offers many advantages, not only to students but also to the library staff. Martin Schubert is studying to be a teacher in Mathematics. With Bookscanners he makes copies faster and on top of that he has additional possibilities. For me the benefits of Bookscanners are that I can copy many books on a single one, so quickly and together. For the old copyers you have to open the copyers every time, open the copyers, open the copyers, open the copyers and click on the copy again. This is not the case for the Bookscanners. You can simply open the copyers and click on the copy again. In total the library hosts 15 copy systems consisting of Zeutschel Bookscanners, Vinolta High Performance Copier and Showmaker Readers for the Prepaid Card. The father of this unique system is Rainer Vogt, the deputy director of the library. He has started to use Bookscanners for copying services more than 10 years ago. It is relatively simple. It has for us two advantages. The one is for the user. The user can very quickly, very quickly, with the viewscanners, all the books copy, scan and then click. This is a benefit for the customer, but it is also a benefit for the client or the bibliothic. The person. We have far less expensive cost, so that the books, especially the old books, and the books and books, and the books are much more and more behandic. Sie kennen das noch, man drückt drauf auf die Bücher, bei dem herkömmlichen System muss dann die Klappe drauf drücken, drückt auf den Knopf, Klappe hoch, Buch raus, umdrehen, nächste Seite. Das ist wie gesagt zum einen für den Benutzer sehr viel schneller und das Buch wird viel weniger beansprucht dadurch. This includes storage on a USB-memory stick. Additionally, the Zeutschle book scanners are used for interlibrary lending. In implementing this service and in choosing the book scanners, the library was supported by the solution provider MSV Systemhaus. Aber nicht nur beim Scannen der Benutzer, sondern auch bei der Fernleihe über das System Ariel hat uns Herr Künzel vom Systemhaus MSV sehr geholfen. Er hat ein Dings entwickelt, ein Keyboard, mit dem wir jetzt sehr zeitsparend, sehr effektiv unsere Fernleihen abwickeln können. Es war dann letztendlich der Kopierer der Scanner, den wir hier in unserer Bibliothek anbieten wollten. Dazu gehört zum einen das Robuste, die hervorragende Qualität, die Software, die dahinter steckt. In spite of the many advantages book scanners have, they are still a rarity in the open access area of libraries. Is this because of high investment costs? Rainer Vogt denies this. Also ich muss mich einmal korrigieren. Wir haben gar nichts dran geschafft. Das ist alles im Leasingverfahren basiert. Wir zahlen pro Klick. Und die Firma Konica Minolta bezahlt auch die Wartung der Geräte, sodass von den 5 Cent pro Klick bei uns ca. die Hälfte übrig bleibt. Ich kann eigentlich meine Kollegen in anderen Bibliotheken nicht verstehen, die so ein relativ einfaches Geschäft sich einfach durch die Lappen gehen lassen. Martin Schubert and Rainer Vogt agree, that it is better to scan books rather than copy them.